Die Entscheidung tut weh. Dritte Niederlage im sechsten Spiel, Ingolstadt ist im Tabellenkehrer angekommen. Der ambitionierte Zweitligist bleibt weiter hinter seinen Erwartungen zurück und zieht Konsequenzen. Der FC Ingolstadt hat sich angesichts des enttäuschenden Saisonstarts von Trainer Stefan Leidl getrennt. Das teilte der Klub am Samstagmorgen nach der 0.1, 0.0 Niederlage gegen den FC St. Pauli mit. Auch Co-Trainer Andere Mijatovic wird den Verein verlassen. Wir sind optimistisch, zeitnah einen Nachfolger präsentieren zu können, von dem wir überzeugt sind und der dem Team neue Impulse geben kann, sagte Sportbedirektor Angelo Vier. Aus bislang sechs Saisonspielen holte Ingolstadt nur fünf Zähler, schon am kommenden Dienstag, 18.30 Uhr im Live-Decker bei T-Online.de, tritt die Mannschaft beim Aufstiegs-Favoriten 1. FC Köln an. Nach den jüngsten Ergebnissen sind wir zu dem Entschluss gekommen, dass wir uns auf der Position des Cheftrainers verändern wollen, um die Mannschaft wieder in die Erfolgsspur zu bekommen, sagte Vier. Die Entscheidung tut weh, da Stefan nicht nur für seine Qualitäten als Mensch und Trainer sehr geschätzt wird, sondern durch die lange, gemeinsame Zeit auch eine tiefe Verbindung zum Verein besteht. Leitl hatte den Job beim früheren Estligisten im August 2017 als Nachfolger von Michael Progis zunächst übergangsweise angetreten. Am 22. September, also exakt ein Jahr vor seiner Entlassung, wurde er dann zum Cheftrainer befördert. Leitls Karriere ist eng mit den Schanzen verknüpft. Von 2007 bis zum Ende seiner aktiven Laufbahn am Jahr 2013 lief der frühere Mittelfeldspieler als Profi für Ingolstadt auf. Anschließend arbeitete er zunächst als Trainer im Nachwuchsbereich des Klubs und bei der zweiten Mannschaft. Nach zwei Jahren in der ersten Liga und dem Abstieg im Sommer 2017 wird der Klub seinen Ansprüchen nicht mehr gerecht. Schon die vergangene Saison beendete Ingolstadt nur auf dem enttäuschenden 9. Platz. Nach nur einem Sieg aus den ersten sechs Spielen steht das Team derzeit knapp vor den Abstiegsplitzen. Liebe Leserinnen und Leser! Leider können wir Ihnen nicht zu allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Eine Übersicht der aktuellen Leserdebatten finden Sie hier. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren. Ihr Community Team